Das Reichspostamt war eine Reichsbehörde im Deutschen Kaiserreich, die sich federführend mit der Leitung der Reichspost befasste. Zuständigkeit Im Reichskanzleramt waren zuvor die Abteilung I für das Postwesen und die Abteilung II für das Telegrafenwesen zuständig. Diese wurden am 1. Januar 1876 zusammengefasst und in das eigenständige Amt des Generalpostmeisters überführt, welches wiederum 1880 zum Reichspostamt weiterentwickelt wurde, dem ein Staatssekretär vorstand. Mit Einschränkungen fungierte es ab 1902 zudem als Baubehörde des Deutschen Reiches. In der Weimarer Republik wurden die Aufgaben des Reichspostantes im Wesentlichen vom Reichsministerium für das Postwesen übernommen. Mit den Bauangelegenheiten wurde die neu geschaffene Reichsbaudirektion betraut Amtsleitung. Eins von 1876 bis 1880 noch als Generalpostmeister und erst ab 1880 als Staatssekretär Philatelie. Das Gebäude wurde zwischen 1900 und 1920 mehrmals auf Briefmarken der Serie repräsentative Darstellungen des Deutschen Kaiserreichs abgebildet. Punkt. 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 Punkt.